Also das steht ja hier da und diesen Arbeitsschritt musst du dann so machen, wie er da ist, damit halt auch die Gefahr von den Eiern weggenommen wird. Also rohes Ei nicht unter die Masse drunter, bitte. Okay, fürs nächste Mal. Ja, wir haben heute das Thema Dessert in der Küche ausgiebig bespielt und die jungen Köchinnen und Köche üben das hier mehrfach an der Schule. Sie bekommen von mir mal einen Warenkorb und nach diesem Warenkorb können sie sich dann selbstständig ihre Komponenten einfallen lassen. Heute war es halt das Thema Dessert, was den Köchinnen und Köchen eigentlich auch immer am schwersten fällt, weil es auf den Speisekarten nicht ganz so gewertschätzt wird, wie zum Beispiel ein Hauptgang. Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt. Die Arbeitszeiten sind sicherlich ein Grund, aber ich denke auch, dass es teilweise mit dem Stressfaktor zusammenhängt, der in der Küche zum Beispiel ist, wenn jetzt viel los ist. Es ist halt einmal die Arbeitszeit, dass man am Wochenende arbeiten geht, wo halt Freunde dann zum Beispiel Zeit haben und feiern gehen können oder sonstiges. Vielleicht auch dieses Schichtsystem, aber wenn man jetzt Spaß an dem Beruf hat, finde ich, gleicht sich das sehr aus. Und da man ja auch dann in diesem Team im Hotel sehr gut zusammenwächst, finde ich, habe ich damit auch kein Problem. Also es gibt positive Seiten und negative Seiten. Stören würde mich jetzt nichts. Es sind halt vielleicht die Arbeitszeiten, was die Freunde dann mitmachen oder nicht. Familie dann, Mutti und Vati, die man dann auch nicht mehr so oft sieht. Aber ansonsten macht es eigentlich ziemlich viel Spaß. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sachsen-Anhalt-Podcasts. Mein Name ist Stefan B. Westphal. Vielleicht erinnert ihr euch, vor ein paar Wochen, da hatten wir eine Folge zum Thema Zukunft der Gastronomie. Gäste hatten wir da aus der Gastronomie natürlich, aus der Politik und auch Thomas Wolfgang saß mit am Tisch. Er ist Vorsitzender des Landesverbands der Köche Mitteldeutschlands, Lehrbuchautor und Berufsschullehrer. Und jetzt hat uns Thomas Wolfgang eingeladen ans Berufsschulzentrum Hugo Junkers in Dessau, um uns mal ein Bild zu machen, wie die Ausbildung denn läuft und was die Auszubildenden dazu sagen. Und ganz am Anfang, da habt ihr so ein paar Meinungen gehört, warum sie denn denken, dass so wenige Mädchen und Jungs vielleicht Berufe in der Gastronomie ergreifen. Zwischenzeitlich, seit wir im November zusammengesessen haben, hat sich aber auch so einiges geändert und das nicht immer zugunsten der Gastronomen. Ja, also eigentlich ist was passiert, was uns natürlich nicht so gefällt. Wir werden als Gastronomen ja so ein bisschen, ja, oder müssen dafür herhalten, die Auflagen umzusetzen, die halt von der Bundesregierung vorgegeben werden. Wir wollen uns grundsätzlich natürlich an alle Auflagen halten und halten uns da auch. Wir können Hygiene, wir machen schon immer Hygiene und viele Gastronomien haben da unheimlich investiert. Aber mit den jetzigen Auflagen sind wir schon diejenigen, die eigentlich die Regeln umsetzen und das ist nicht in Ordnung. Also es wäre schöner, wenn die Politik da sagen würde, so ist es bundeseinheitlich und nicht so eine Vielstaaterei, die dann hier passiert. Und keiner weiß so richtig, wie sind die Regeln in dem Bundesland, in der Region, wie sind gerade die Inzidenzchen. Da müsste es sicherlich mehr Sicherheit geben, weil in der Gastronomie, wir halten uns an alle Regeln und setzen das gut um. Ich glaube nicht, dass bei uns die Zahlen dann signifikant nach oben gehen. Merkt ihr da schon irgendeine Auswirkung auf den Ausbildungsmarkt, dass jetzt also sich wenige bewerben, weil Gastronomie gerade so ein bisschen unsicheres Pflaster ist? Ja, unsicheres Pflaster trifft es ganz genau. Wir werden tatsächlich im Moment nicht als sicherer Beruf, was man früher so gesagt hat, gegessen wird immer, komm mein Junge oder meine Tochter, da gehst du hin, das ist was, was toll ist. Das ist im Moment nicht, da sind andere Berufe, die sicherlich als sicherer wahrgenommen werden. Das ist aber, wie gesagt, so nicht ganz richtig. Wir sind ein sicherer Arbeitsplatz, wir sind ein toller Arbeitgeber, wir sind einer der größten Arbeitgeber in der Gastronomie. Und eins steht doch wohl fest, essen gehen wollen wir alle. Und am Ende des Tages muss dann ein Chef sagen, ich kann jetzt leider die Terrasse nicht bedienen, sie müssen alle nach drinnen kommen. Es ist zwar toller Sonnenschein, aber ich habe überhaupt kein Servicepersonal oder mir fehlen die Köche. Also der Aufruf ganz klar, wir haben hier sensationelle Berufe mit tollen Aufstiegsmöglichkeiten. Wir haben die Wertschätzung mittlerweile in ganz, ganz vielen gastronomischen Einrichtungen. Wir haben auch mittlerweile, glaube ich, eine ganz gute Bezahlung. Und was den Beruf unheimlich ausmacht, das ist wie Familie. Also Kochen ist so ein bisschen, ich fahre auch Motorrad, da ist das auch so. Man trifft sich, man kennt sich, man ist alles per Du. Und bei Köchen ist das einfach auch so. Ja, so diese Familie, da will ich halt arbeiten. Das ist ein Team, die lasse ich auch nicht im Stich. Und wie in jeder Familie gibt es aber auch immer Stress? Ja, den gibt es natürlich schon, wo Töpfe auf dem Herd klappern. Natürlich, man vergisst mal was, es geht mal was schief. Wenn die Schicht aber zu Ende ist und das Essen alles geschickt ist, also man kriegt ja alles gerade gerückt, dann setzt man sich zusammen und wertet das Ganze aus oder trinkt noch eine warme Milch oder irgendwas, irgendein Heißgetränk. Und dann ist auch alles wieder gut. Also ich kenne jetzt in meinem näheren Umfeld niemanden, wo nicht auch mal durchaus ein hektisches Wort fällt. Nichts Schlimmes, solange wie es nicht persönlich ist, da ist alles völlig in Ordnung. Ja, es ist nun mal, jetzt kommen die Bons rein, jetzt muss das Essen geschickt werden. Und dann ist halt jetzt auch wirklich dieser Stressfaktor. Und danach haben sich alle wieder lieb und dann geht das nächste Essen halt los. Ja, wir waren mittendrin bei der Prüfungsvorbereitung im Berufsschulzentrum in Dessau. Bei den Köchinnen und Köchen, da ging es in der Küche hoch her. Und zwar bei der Zubereitung eines Desserts aus diesem vorgegebenen Warenkorb. Und ich war da tatsächlich sehr, sehr positiv überrascht. Also zum einen war es genauso, wie man sich das vorstellt. Alle wuselten so durcheinander, aber jeder wusste tatsächlich, was er tut. Auch die Lehrer haben gutes Feedback gegeben, haben das auch sehr wertschätzend gemacht. Also da wurde niemand so unangespitzt in den Boden gerannt, wie man sich das vielleicht manchmal vorstellt. Sondern es war sehr konstruktiv, sie konnten da auf jeden Fall etwas mit anfangen. Und sie waren da auch tatsächlich extrem kreativ. Also was sie dort gezaubert haben aus diesem Warenkorb und wie unterschiedlich das war, das hat mich schon fasziniert. Okay, es war Himbeere dabei, damit hat man mich immer im Fanblock. Aber ich durfte danach sogar kosten und es hat sehr, sehr lecker geschmeckt. Tatsächlich, also Hut ab und Chapeau. Ich würde es definitiv nicht besser machen. Bei den Hotelfachmännern und Frauen und den Restaurantfachmännern und Frauen, die haben sich damit beschäftigt, einen Tisch zu decken. Und das ist richtig akkurat, also das musste so auf den Millimeter genau liegen. Und das sah auch richtig professionell und toll aus, wie sie das schon gemacht haben. Und natürlich durften wir uns auch mit den Azubis unterhalten. Und so haben uns der Till, die Lilly, der Lukas, der Max und der Peter Rede und Antwort gestanden. Mehr über die gibt es auch nochmal in den Shownotes. Und die stammen aus ganz unterschiedlichen Betrieben, aus ganz unterschiedlichen Häusern, teilweise aus Familienbetrieben. Aus Betrieben, wo nur so drei, vier, fünf Leute insgesamt beschäftigt sind, aber auch aus größeren Häusern. Sie lernen aktuell im zweiten und dritten Lehrjahr die Berufe Koch, Köchin bzw. Restaurantfachmann, Frau bzw. Hotelfachmann und Frau. Und es war faszinierend, mit ihnen zu sprechen und sich zu unterhalten, wie sie den Beruf angehen und wie sie das sehen. Und was alle miteinander verbunden hat, ist die Liebe zu ihrem Beruf, auch wenn sie bei manchen nicht sofort entflammt ist. Mein Traumjob war es jetzt nicht, aber durch meine Familie, die auch in der Gastronomie ist, hat sich das halt so in diese Richtung geleitet. Durch Praktika habe ich dann halt so diesen Beruf für mich entdeckt. Das wäre natürlich das Beste, was mir mit passieren könnte, so den Betrieb irgendwann mal zu übernehmen. Man kennt das ja auch so von der Pike auf schon. Wir haben zeitig damit angefangen und bin auch schon, seitdem ich 14 bin, immer mit dem Betrieb gewesen. Und mir macht das auch unglaublich Spaß. Und das wäre natürlich so einer meiner Träume, das mal zu übernehmen. Man weiß, wie einige Sachen funktionieren, man kennt die Abläufe und das bringt einen natürlich auch in der Ausbildung an gewissen Schritten weiter, weil man einfach auch in dem Stoff oder in dem, was man macht, schon viel, viel weiter ist. Und kann dann aber dadurch auch seinen Mitschülern oder seinen anderen Angestellten einfach helfen, dort weiter an sich zu arbeiten oder sich weiter zu entwickeln. Also ich finde, dass der Bereich Rezeption oder Marketing mich sehr anspricht. Dort hat man halt, ja, an der Rezeption vereinigt halt sich das ein bisschen mit Service zum Beispiel. Aber man hat halt nicht nur dieses stumpfe Gäste bedienen oder beraten, sondern halt auch ein paar andere Sachen. Man kann die Gäste dort halt auch gleich bei der Anreise kennenlernen und kann sie dann auch gleich richtig zuordnen. Die meisten Gäste sind freundlich, sehr zuvorkommend auch und können auch nachvollziehen, wenn man jetzt als Azubi noch irgendwelche Fehler macht. Aber größtenteils sind sie eigentlich immer sehr nett. Ich wollte früher Kfz-Mechatroniker werden und meine Mutti sagte dann, guck mal, du hilfst mir so gut in der Küche, versuchst du einfach mal damit. Und dann habe ich mich beworben und wurde dann auch genommen. Erstes Leier hat dann super funktioniert und seitdem will ich nichts mehr anderes machen. Also ich bin so zufrieden, meine Arbeitskollegen, die sind liebevoll, die bringen mir das bei, was ich brauche. Die bringen mir das bei, was ich wissen möchte. Und meine Mutter kann ich dadurch ein bisschen unterstützen. Ich habe gelernt, wie man jetzt richtig wischt. Und man merkt halt natürlich auch, dass man mehr darauf achtet, wo liegt jetzt Staub oder Sonstiges. Dass es doch so umfangreich ist, also dass wir nicht nur die, auf Deutsch gesagt, Kellner sind, sondern dass wir halt auch wirklich die Berechnungen machen, die Kalkulation, dass wir auch in Sozialkunde viel lernen. Und was sind eigentlich Tarifverträge und so dieser ganze Stoff, der dann nochmal auf einen zuprasselt. Und man hat ja in allen Betrieben nicht gleiche Bedingungen. Die einen haben Tischdecken, die anderen haben keine. Und dass man hier einfach auch den Standard der gehobenen Gastronomie lernt, das fand ich eigentlich so sehr überraschend. Die vielen verschiedenen Gerichte, die man machen kann oder die verschiedenen Herstellungsweisen und allgemein die Arbeit ist sehr interessant. Es gibt dann auch viele, die sagen, wie, das kenne ich gar nicht und was. Und deswegen finde ich es auch hier an der Schule so toll, dass wir die Möglichkeit haben, auch einfach hier unten in das Übungsrestaurant zu gehen und mit den Lehrern das einfach zu üben. Weil viele Sachen wie Tranchieren, Filetieren, das haben wir noch nie in den Betrieben gemacht. Oder es ist halt schwierig, das zu machen, vor allem zur Zeit ist das auch sehr schwierig. Und dass man dann einfach die Möglichkeit bekommt, das hier zu lernen und sich bestmöglich auch auf die Prüfungen und auf das Spätere vorzubereiten. Man kann ziemlich kreativ sein. Also ich merke das, wenn ich auf Arbeit stehe und dann vor mir 20.000 Gewürze stehen und ich dann anfangen kann, mir was rauszusuchen und damit zu experimentieren. Das macht einfach Spaß, mit den Aromen zu spielen und ich bin eigentlich ziemlich froh, das zu können, also zu wollen. Ich wollte eigentlich erst mal Musik studieren und dann habe ich mich entschieden, dass ich eine Kochausbildung machen will. Und dann, ja, und dann jetzt mache ich eine Ausbildung zur Koch. Ich werde in meinem Betrieb und in der Schule ausreichend darauf vorbereitet und, ja, mit der Vorbereitung sollte es eigentlich einfach möglich sein, die Prüfung zu bestehen. Also als Hotelfachmann durchlebt man alle Bereiche im Hotel, also vom Housekeeping über Service bis hin zur Küche auch. Man ist, ja, halt vielfältig im Hotel. Man lernt im Housekeeping zum Beispiel, wie man jetzt ein Zimmer putzt oder wie man ein Zimmer richtig kontrolliert. Im Service lernen wir jetzt nicht explizit irgendwas zum Wineservice. Es wird natürlich mit angeschnitten, aber wir lernen halt mehr so das Grobe vom Hotel, aber dafür halt vielfältiger. Und in der Küche schneiden wir es auch nur an, also in einem Monat zum Beispiel. Das variiert aber von Betrieb zu Betrieb. Und dort wird uns halt gezeigt, wie wir jetzt mit den Speisen umgehen, dass wir einfach die Gäste im Restaurant auch besser beraten können. Oder an der Rezeption halt, wie man richtig Reservierungen eingibt, wie man mit Reservierungen umgeht und wie man Gäste richtig beraten kann. Ich mag das halt schön anzurechnen und vielleicht Geschmackkombinationen mitzuspielen und kochen macht Spaß. Also ich bin von Haus aus ziemlich kreativ, dank meiner Mutti, denn meine Mutti ist sehr kreativ und das hat sie mir dann halt so mit auf den Weg gegeben. Und klar, also ich weiß nicht, wenn ich dann halt sehe, okay, das und das kann man verbinden und dann kommt vielleicht was ganz Neues raus. Das ist ja dann auch so ein Erfolgserlebnis und das will man dann halt auch mit seinen Arbeitskollegen teilen und mit seinen Kumpels. Die Mousse ist ja Himbeer, aber das müssen wir ja erst sagen, was das Himbeer ist. Es muss ja auch wirklich kräftig nach Himbeere schmecken. Also mehr Himbeere verarbeiten und von der Farbe her, hatte ich ja schon gesagt, hier wäre eine Himbeersoche sicherlich besser gewesen. Der Sponge ist auch super geworden, also wirklich sehr schön, total fluffig, passt auch sehr gut dazu. Nur eben die Soße. Ja, tatsächlich habe ich manchmal das Gefühl, dass einige Betriebe den Rahmenlehrplan überhaupt nicht kennen, also weder den von der Schule noch ihren eigenen. Genauso muss ich sagen, die Industrie- und Handelskammer, die ja die Verträge mit den Betrieben schließt. Wir bekommen ja dann nur die Azubis gemeldet und ich sehe ja dann die ganzen Ausbildungsverträge, dass da tatsächlich jeder, der das möchte, auch tatsächlich so einen Vertrag bekommt. Das ist nicht richtig, weil ausbilden sollte nur der, der auch wirklich dafür geeignet ist, also der diesen Rahmenplan oder Rahmenlehrplan auch wirklich umsetzen kann, der in seinem Betrieb überhaupt dieses Anforderungsprofil erfüllt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sollten wenigstens Praktikas vereinbart werden. Aber manche Betriebe, ja das ist tatsächlich, muss man kritisch anmerken, können diese Ausbildung überhaupt nicht so, wie sie gefordert ist, umsetzen. Ob das vielleicht Fleisch zerlegen ist, ob das Fischfiletieren ist, ob das Desserts halt produzieren, so wie heute, das merke ich ja dann ganz gravierend. In Eisbechern ist nochmal kein Dessert, das ist ein Eisbecher. In der Prüfung wird da ein bisschen mehr gefordert und da wünsche ich mir schon, dass die Gastronomen da ein bisschen drüber nachdenken, dass diese Azubis, wenn ich die einstelle, natürlich auch, deswegen heißt es ja Lehrling, eine Lehre erhalten müssen. Und da muss gelehrt werden. Und worauf legst du hier besonderen Wert? Ja, also mir ist ganz wichtig, dass die Jungs und Mädels Respekt haben. Respekt vor allem, vor Gegenständen, vor Rohstoffen, vor Nationalitäten. Das ist mir ganz wichtig. Ein guter Umgangston, immer, wenn es geht, nicht persönlich werden, viel miteinander reden. Ich lasse alles kreuzverkosten zum Beispiel. Also ich hole alle immer zum Schluss ran und sage, es wird von jedem Teller gekostet und jeder muss sich ein Urteil erlauben. Und dann werte ich das halt aus und gebe hoffentlich dann die richtigen konstruktiven Vorschläge, um das halt das nächste Mal besser zu machen. Ja, aber das A und O ist wirklich der respektvolle Umgang miteinander, die Ruhe bewahren. In Hektik kann niemand gut kochen. Wenn man jetzt mal durch deine Küche guckt hier, da waren ja heute verschiedenste Nationalitäten dabei, bunt zusammengewürfelt. Kannst du das vielleicht mal kurz zusammenfassen? Und wie wirkt sich das auch auf die Ausbildung aus? Also erstmal ist ganz wichtig, ohne diese Leute würden wir die Ausbildungsplätze überhaupt nicht mehr bedienen können. Also wir brauchen unbedingt, ob das nun mit Migrationshintergrund ist oder ob wir gezielt ins Land holen, wir brauchen unbedingt Personal aus allen möglichen Ländern, weil wir das aus dem eigenen Land überhaupt nicht mehr bedienen können. Das ist erstmal der Sachverhalt. Ja, wir hatten heute jemand aus Spanien dabei, eine junge Dame. Wir hatten jemand aus Vietnam dabei. Wir hatten Indonesien heute vertreten. Also schon recht bunt gemischt. Und ja, ich muss sagen, die hauen sich voll rein. Ich glaube, ich kann kein Indonesisch und kein Vietnamesisch und kann mir schon vorstellen, wie schwierig das für die Leute ist, dann eben nicht nur das rein Fachliche zu lernen, sondern eben auch noch die Sprache dazu zu lernen. Und eine normale Umgangssprache ist was ganz anderes als eine Fachsprache. Die kommt ja dann noch oben drauf. Dann kommt noch ein bisschen Englisch dazu, ein bisschen Mathe dazu, ein bisschen Französisch dazu. Das ist schon nicht ganz einfach. Aber grundsätzlich haben wir hier an der Schule sehr gute Erfahrungen. Als wir Ende 2021 die Folge zur Zukunft der Gastronomie produziert haben, da erfolgt ja prompt die Einladung, dass wir uns mal selbst ein Bild machen können. Und das haben wir jetzt getan. Und auf mich hat das Ganze sehr, sehr professionell gewirkt. In der Küche und im Übungsrestaurant, wie die Jugendlichen da also mit den Lebensmitteln umgehen, was sie daraus zaubern können, trotz ihrer jungen Jahre, das fand ich sehr, sehr spannend. Das geht weit, weit über das hinaus, was man selbst zu einem Herd tut oder was man von Mutti kennt. Also bei mir jedenfalls, ich bin vielleicht auch einfach nur ein Kochmuffel. Das kann natürlich auch sein. Aber auch, wie die Lehrer sich verhalten. Man sagt ja gerade dem Kochberuf immer so ein bisschen den rauen Kasernenton nach. Das war überhaupt nicht zu hören, sondern das Feedback war sehr konstruktiv und wertschätzend, wie es gegeben wurde. Und ehrlich gesagt hatte ich auch nicht den Eindruck, dass man sich da jetzt verstellt und dass es sonst anders ist. Den Hut in der Berufsschule, im Berufsschulzentrum Hugo Junkers in Dessau hat Doreen Reinhardt aktuell auf. Sie ist die stellvertretende Schulleiterin und im Augenblick mit der Leitung beauftragt, wie es dann im Beamtendeutsch so schön heißt, wenn der Stellvertreter die ganze Arbeit machen muss. Und sie weiß natürlich auch, dass die Auszubildenden nicht nur aus Dessau kommen, sondern dass sich die Berufsschule da auch den Stand erarbeitet hat, da eine ganze Region auszubilden. Und im Gespräch habe ich auch gemerkt, dass sie unheimlich stolz auf ihren Gastro-Bereich ist. Für unsere Köche und Köchin, für die Hotelfachfrauen, Fachmänner und für die Restaurantfachfrauen und Fachmänner rekrutieren wir unsere Auszubildenden über die Stadtgrenzen Dessau-Roslaus hinaus. Das heißt, hier kommen auch die Auszubildenden aus den Landkreisen Wittenberg und aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Für die Konditoren haben wir sogar eine Landesfachklasse gebildet. Das heißt, aus dem gesamten Land Sachsen-Anhalt kommen hier an unseren Schulstandorten die Konditoren und Konditorinnen für ihre theoretische Ausbildung. Was unterscheidet vielleicht die Ausbildung jetzt zu den gastronomischen Berufen hier im Haus vielleicht im Vergleich zu anderen? Wir haben hier am Schulstandort Dessau eine sehr gut ausgerüstete Lehrküche und auch eine Backstube und haben die Möglichkeit, in Form eines Wahlpflichtfaches bereichs- bzw. fachübergreifend auch praktische Tätigkeiten in der Küche zu vermitteln, zu üben, sodass wir von einem Unterrichtsraum auch direkt mal in die Küche wechseln können und dort praktische Anwendungen durchführen. Die Hörer sehen das jetzt nicht, aber wenn man sie so reden sieht, sie sind da schon ganz schön stolz, oder, auf diesem Fachbereich? Ja, ich bin sehr stolz darauf, noch dazu, weil wir vor Corona hier auch häufig an Wettbewerben teilgenommen haben mit unseren Azubis, beziehungsweise hier auch im Hause die Anhalt-Meisterschaften ausgerichtet haben, wo sich die drei Fachbereiche Koch, Köchin, Hotelfachfrauen, Fachmänner und Restaurantfachfrauen, Fachmänner aus verschiedenen gastronomischen Einrichtungen messen konnten. Es hat sich dann schon dazu entwickelt, dass man halt jetzt auch für die Zukunft plant und überlegt, was man danach macht und wie man seine Zukunft gestaltet, aber halt in Bezug auf Hotelfachmann. Also ich werde, denke ich, mit dem Chef einige Gespräche führen werden. Ich werde mich auf jeden Fall weiterbilden lassen. Also ich werde ziemlich viele andere Küchen noch ausprobieren wollen. Vielleicht schlägt es mich auch aufs Schiff. Das kann alles passieren. Ja, sind wir mal ehrlich, das klingt schon unheimlich verlockend, so ein Job auf so einem Kreuzfahrtschiff. Den ganzen Tag frische Luft und mal ein Landgang hier und da. Kann man auf jeden Fall mal machen, wenn man nicht seekrank wird. Nee, ist tatsächlich harte Arbeit auf diesen Dampfern, was man so hört. Aber vielleicht werden wir das ja künftig mal hören. Und der Lukas berichtet uns dann mal in einem Jahr, falls das geklappt hat, wie es ihm ergangen ist. Oder wir gucken auch mal, was aus den anderen Azubis geworden ist, mit denen wir heute gesprochen haben. Ihr hört es schon, die Folge nähert sich dem Ende. Aber ich bin wie immer an eurem Feedback interessiert. Wenn ihr da also noch Fragen habt oder uns was sagen wollt, dann findet ihr Kontaktmöglichkeiten unter www.sachsen-anhalt-podcast.de oder auch gerne direkt auf Instagram und Facebook. Und da das Abonnieren nicht vergessen, das hilft und motiviert uns dann immer weiterzumachen. Abonnieren könnt ihr uns auch beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Ob der Apple Podcast, Google Podcast, Spotify oder Amazon heißt, ganz egal. Wir sind überall vertreten. Also nicht scheuen. Da gerne das Sternchen, Glöckchen oder Abonnieren plus drücken und keine Folge mehr verpassen. In der nächsten Woche steht die zweite Ausgabe des Sachsen-Anhalt-Booster an. Da werde ich mich wieder mit meinen Kollegen über ganz aktuelle Themen aus dem Land unterhalten. Und da haben wir schon einiges in der Vorbereitung. Das war es für heute. Ich sage Tschüss, bleibt uns gewogen und macht's gut. Sie hörten den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.